Hey Leute, Willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal Wordplay. Wordrätsel und Gehirn. Das ist ein Spiel, in dem wir uns eigentlich intrainieren müssen, indem wir Wörter hier draus schreiben aus diesem Rad. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Okay. Wir wischen über das Wort Gehen. Ja, das weiß ich. Okay. Und jetzt fülle das Wort End hinzu. Okay. Okay. Gut. Gehen. Gut, Leute, eben Level 2. Oh, dann da hier kenne ich. Jawohl. Gut. Du kannst jetzt die Bedeutung der Wörter überprüfen. Geh da einfach auf das Wort. Okay. Pemporale Sonatik. Ach komm, scheiße. Das mit brauchen wir nicht. Okay. Kann ich das wegmachen? Ich will das wegmachen. Okay, gut. Oh, Tor. Ja. Geil. Okay. Tipp, um fortzufangen. Was ist hier? Aha, das ist ein Bonuswort. Okay. Hm. Okay. Oh, oh, Orange. Orange. Perfekt. Okay. Ich will selbst aufholen können. Okay. Auch ihr müsst versuchen, die Wörter zu erraten. Okay. Ich würde nicht mehr weiterkommen. Ich würde einfach auf die Schaltfläche mischen. Okay. Ähm. Ähm. Neun. Kann man hier neun machen? Yes. Neun. Ja, okay. Ähm. Okay, Leute. Gehen. Zwei Wörter, die wir ändern fahren. Okay. Ähm. Nu. Hm, warte. Ich mische mal. Habe ich auf mischen geklickt? Ah, ja. Okay. Ähm. Noch mal mischen. Okay. Und... Hä? Und... Nö, das ist kein Wort. Okay, Leute. Es kann uns wenigstens sitzen. N, also es sind drei Wörter. Hm. Oh, boy. Ich weiß es. Okay. Perfekt. Okay. Also brauchen wir noch ein Wort, das mit N anfängt. Hm. Okay. Hm. Hm. Es kann auch sein, nachdem N jetzt der U kommt. Okay. Hm. Okay. Ne, das ist kein Wort. Okay. Ähm. Noch mal mischen. Süß. Ich weiß es nicht. Ah. Süß. Wie zumal sind wir... Ich... Ich kapiere das Wort nicht, Leute. Warte. Ach, ihr müsst versuchen zu erwarten. Manchmal zieht man wahrscheinlich zwischen 10 Jahren. Weiß ich. Hm. Komm, ich mach einfach mal irgendwelche Wörter hier. Ne. Ich mach einfach mal irgendwelche Wörter. Ich mach einfach irgendwelche Wörter raus, die mit N anfangen müssen. Bis ich mal das Richtige arbeite. Es ist zwar nicht mein Ziel, aber... Ah, jetzt hatten wir schon. Äh. Ah. Bluten. Stimmt, jetzt gibt's hier auch noch. Pusht. Die Wörter. Gleich gibt's ein Geschenk. Okay. Okay. Wenn du nicht mehr weiterkommst, dann... Aha. Hinweis. Okay. Rot. Oh. Ja, das ist ein Bonuswort hier. Okay. Pusht. Oh. Okay. Ich weiß einer. Und zwar Ort. Noch ein Bonuswort. Das haben ja schon diese beiden Leute mit anderen Grenzen. Hm. Okay, Leute. Okay, Leute. Ich weiß. Tod. Haha. Tod. Tod. Aber das ist ein bisschen traurig, wenn jemand gestorben ist. Okay. Okay, Leute. Jetzt fängt's mit D an. Und ähm. Dann noch drei anderen Buchstaben. Ähm. Tod. Ich weiß es nicht. Oh. Ich weiß es doch. Tod. Ja. Okay, Leute. Okay. Und jetzt ist ein Tor. Pusht. Ha. Perfekt. Okay. Oh. Jetzt gibt's ein Geschenk, oder? Ja. Oh. Geschenk. Der ist ein neues Kapitel. Oh. Geil. Okay. Verliere nicht deinen Fortschritt. Sichere deinen Spielfortschritt. Indem du in den nächsten 15 bei G5 Friends anmeldest. Okay. Hinter die E-Mail-Adresse ein. Komm. Das mach ich jetzt nicht. Weil ich will nicht jetzt meine E-Mail-Adresse später fragen. Ja, komm. Okay. Es gibt das Wort C. Aber das schreibt sich mit zwei E. Und das kann ich ja nicht. Kann ich ja auch irgendwie koppeln? Nö. Okay. Okay. Das ist kein Wort. Okay. Oh. Ich weiß. Eis. Guck. Passt das direkt zu der Hintergrundfarbe. Okay, Leute. Okay. Noch ein Stern. Aber das war hier ein Bonuswort. Okay. Si. Haben wir noch. Ja. Okay. Und es gibt noch T. Aber dann schreibt sich auch mit. M2E. D. 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 Okay, Leute. Irgendwas von hier. Okay, Leute. T. Ja. Das ist kein Frosch. Ich kann nämlich mit zwei Buchstaben irgendwie. Nein. T. Nein. Hm. Ich weiß nicht. Side. Habe ich das nicht schon mal eingegeben? Ich weiß nicht. Okay, Leute. Zwei Einführungsbuchstaben. Also zwei Buchstaben. Und dann kommt noch als letztes ein. M2E. M3E. F2E. M7E. Z. Kamen wir schon. Okay. E. E. T. Es kann überhaupt mal. Seit haben wir schon. Oh. Hm. Ähm. Welches Buchstaben ist denn? Zwei Buchstaben und dann noch ein T. Ich gebe einfach alles. Oh, du. Ich gebe einfach alles. Oh. Wie geht es alles durch? Ah, na. Ja, ich wundere mich schon. Okay, Leute. Soll ich mir was machen? Oh. Ja, ich habe es jetzt einfach nicht gemacht. Okay. Jetzt. Nö. Was ist denn? Es ist schon richtig nah. Ist. Ah ja, stimmt. Ja. Dieses Volk jetzt ja auch noch ist. Oh, ich gewonnen. Gut schon. Okay. Re. Hm. 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 Neu. Das gibt es nicht. Hm. Okay, für einen neuen Hinweis brauchen wir 100 Sterne. Hm. Okay. Was ist denn vorgezeichnend hier oben? Ah, ich glaube okay. Ähm. Hm. Hm. Ich muss gucken. Ich muss überlegen. Oh. Okay. 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 Oh. 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 Okay. Ich kann die Schmerzen und so weiter machen. Oh. 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 Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüssi.